herzlich willkommen im zweiten modul unseres kurses nachhaltiges bauen heute soll es darum gehen wie ich nachhaltigkeit bewerten kann wir hatten in dem ersten modul allgemein gesehen was nachhaltiges bauen sein kann was alles drin steckt und heute soll es jetzt wie gesagt um die einzelnen bewertungskomponenten gehen welche organisationen gibt es wie könnte ein solches bewertungssystem aussehen so dass ich letzten endes zielgerichtet zu einer optimierten planung kommen kann schauen uns also an wie dieses einzelne modul im kontext steht wir fangen an uns jetzt mit den konkreten inhalten zu beschäftigen und lernen heute wie gesagt kennen das bewertungssystem schwerpunktmäßig natürlich dass der dgnb warum es gibt da verschiedene gründe natürlich ein grund ist dass es das system ist das in deutschland entwickelt und in der mehrzahl auch bei deutschen projekten verwendung findet aber es sprechen auch andere inhaltliche punkte für dieses system der dgnb was wir dann im weiteren kennenlernen werden in den weiteren modulen wird es dann darum gehen konkrete inhalte zu besprechen wie zum beispiel im nächsten modul die ressourcenschonung beziehungsweise resilienz also die widerstandsfähigkeit schauen uns also die konzepte an wie gesagt wir fangen mit den konzepten für nachhaltiges bauen an werden dann über konzepte sprechen wie ich das dann fördern kann und im dritten teil bewertungssysteme bewertungsinstrumente kennenlernen was sind konzepte für nachhaltiges bauen auch da gibt es eine lange tradition klimagerechte architektur die wir vor allem bei der traditionellen bei traditionellen entwürfen sehen natürlich legt die traditionelle architektur oft wert auf gebäudehüllen weil die technik natürlich noch nicht so da war und weil die ressourcen oft regional verwendet werden das heißt traditionelle architektur legt wert auf besondere auswahl der materialien die leicht und lokal verfügbar sind auf die bauform und orientierung um so auch energie einzusparen dann natürlich eine bauweise die an die niederschlags menge angemessen oder angepasst ist das heißt wir sehen jetzt hier natürlich sehr unterschiedliche gebäude das hängt auch natürlich mit der niederschlags menge zusammen und die farbe der gebäudehülle ist ebenfalls ans klima angepasst das heißt in kalten regionen werden wir eher dunklere farben finden und in sehr heißen regionen wie jetzt in der abbildung hier zu sehen ist überwiegend helle farben die klimatischen geografischen und geologischen verhältnisse die der mensch bei der ausweitung seiner lebensbereiche seiner tätoren territorien vorfand waren sehr unterschiedlich deswegen sind auch die bauformen und bauarten der naturnahen bevölkerungsgruppen sehr unterschiedlich es wird auch oft als dritte haut bezeichnet und diente vor allem dem schutz gegen witterung und über generationen wurde das dann jeweils den klimatischen geografischen und geologischen gegebenheiten immer weiter immer besser angepasst wenn wir das jetzt vergleichen mit unserer heutigen bauweise sie sehen jetzt hier drei städte und ich sage ihnen auch gleich wo diese städte liegen aber zunächst können sie feststellen dass es kaum unterschiede in der bauweise gibt bei diesen mega cities obwohl die standorte total unterschiedlich sind und die klimatischen bedingungen auch sehr unterschiedlich sind wir sehen links in abbildung 1 shanghai in abbildung 2 frankfurt am main und in abbildung 3 bangkok und was sind die folgen dieser vereinheitlichten bauweise die den schwerpunkt auf andere aspekte legt unter anderem ein sehr hoher energieverbrauch und wie könnten jetzt konzepte aussehen allgemeine konzepte um die nachhaltigkeits performance wie man auch oft sagt zu verbessern es gibt da drei konzepte oder einen dreiklang und alle drei führen zum ziel aber nur dazu das zusammenspiel aller drei konzepte ist oft wirklich das optimum da haben wir zum einen die effizienz das heißt ein geringerer einsatz von energie oder ressourcen zur erreichung der gleichen dienstleistung oder des gleichen ziels oder der abdeckung der gleichen bedürfnisse effizienzmaßnahmen zusammen mit konsistenz was wir dann gleich sehen werden beeinflusst das konsumniveau und das nutzerverhalten aber nur minimal warum weil ich ja das gleiche ziel erreiche das zweite konzept ist die konsistenz das heißt ich erreiche dasselbe auf anderem wege zum beispiel einsatz umweltfreundlicher technologien kreislaufwirtschaft ohne emissionen oder nur mit geringeren emissionen nachhaltig erzeugte energien einsatz von umweltfreundlichen technologien und die ausschöpfbaren energie einsparpotenziale oder generell einsparpotenziale sind dabei aber relativ begrenzt warum weil ich ja das ziel nicht verändere und als drittes konzept ein sehr mächtiges konzept das ist die suffizienz das heißt die suffizienz setzt auf ein verändertes nutzungsverhalten und auf eine änderung von bedürfnissen der nutzer zum beispiel endkunden bewohner mitarbeiter und stichwort ist jetzt hier das richtige maß finden das heißt zum beispiel die treppe benutzen statt dem aufzug oder aber auch eine geringere raumtemperatur anpassung der kleidung an die raumtemperatur man spricht auch oft von der sogenannten troika der nachhaltigkeitsstrategien also effizienz also verbesserung des verhältnisses von eingesetztem aufwand zu nutzen konsistenz also einsatz naturverträglicher technologien verfahren und als drittes prinzip die suffizienz also weniger geringerer verbrauch von ressourcen durch eine angepasste nachfrage ein angepasstes verhalten da würde ich auch gerne eine kleine übung starten die sie zu hause bitte machen und wir werden das dann das nächste mal bei unserem meeting besprechen das ist nämlich die aufgabe überlegen sie sich doch bitte einfach mal wie lassen sich diese drei prinzipien also effizienz suffizienz und konsistenz bei unserem hochschulgebäude exemplarisch umsetzen also pausieren sie das video denken sie darüber nach und notieren sie möglichkeiten für diese drei aspekte es gibt da auch schnittmengen das werden wir gleich sehen aber überlegen sie bitte mal für alle drei prinzipien wie könnte man das zum beispiel bei so einem bürogebäude vorlesungsgebäude wie der hochschule umsetzen was könnte das sein allgemein als beispiel für effizienz mehr dämmung bessere heizungstechnik konsistenz könnte photovoltaik solarthermie sein oder auch geothermie also wärmepumpen einsatz und suffizienz licht aus heizung runter also die anpassung der der raumtemperatur aber vielleicht haben sie ja noch mehr möglichkeiten für social gebäude gefunden und die kombination und die konkrete umsetzung jetzt dieser drei prinzipien ermöglicht jetzt eine ganze fülle von konkreten maßnahmen die wir hier sehen als beispiel die flächeneffizienz also weniger verschenkte fläche im gebäude oder auch weniger verschenkte fläche auf dem grundstück ein effektiver sonnenschutz sonnenschutzsteuerung sorgt dafür dass ich sowohl genug tageslicht habe als auch weniger kühllast im gebäude habe nachhaltigkeit als lifestyle also eine mischung aus suffizienz und konsistenz also nachhaltigere produkte aber auch eine angepasste lebensform lebensweise und sie sehen das sind jetzt befindet sich jetzt in diesen schnittmengen der einzelnen bereiche als klassische maßnahme transmissions wärmeverluste minimieren also die wärmeverluste minimieren durch dämmung kompaktere bauweise als weiteres reines prinzip nutzungs flexibilität also die angepasste nutzung insofern als dass ich auch eine mehrfach nutzung zum beispiel ermögliche über den tag übers jahr gesehen oder materialrecycling natürlich ein klassisches konsistenzprinzip und so finden sie ganz viele prinzipien die da dargestellt sind wie ich dann konkret zu einem nachhaltigeren gebäudeentwurf kommen kann kommen jetzt zum zweiten teil wie kann ich jetzt nachhaltigkeit fördern ein kurzer blick auf bestehende organisationen und initiativen was gibt es was macht die dgnb also welche nachhaltigkeitsorganisationen und initiativen kennen wir allen voran möchte ich ihnen vorstellen das sogenannte green world green building council also eine dachorganisation eine globale dachorganisation für nachhaltiges bauen in der sich mehr als 100 nationale green building councils vernetzt haben und unter anderem leite leistet dieses world green building council massive lobby arbeit auch in brüssel um entscheidungen um einfluss auf entscheidungen nehmen zu können bei gesetzgebungsverfahren wir sehen ganz viele lokale green building councils über den globus verteilt und in deutschland ist die partnerorganisation die dgnb die ich ihnen jetzt auch noch ganz kurz in der struktur vorstellen möchte dgnb steht für deutsche gesellschaft für nachhaltiges bauen ist eine non profit organisation also eine ngo die sich in einer kurzen zeit etabliert hat und ganz viel kompetenzen aufgebaut hat das beruht auch auf der struktur und das gesamte wissen und damit auch die fortentwicklung des dgnb entsteht auf der basis ehrenamtlicher mitarbeit also sie können tatsächlich als mitarbeiter später in planungsbüros oder in der verwaltung freiwillig ehrenamtlich an der weiterentwicklung dieses systems mitwirken und zurzeit sind ungefähr 500 ehrenamtliche tätig es gibt noch unterorganisationen die dann nicht mehr non profit sind unter anderem die dgnb akademie auf die fahne geschrieben hat sich dann die dgnb ganzheitlich zu denken unabhängig zu sein und aktuell zu sein und das führt dann auch dazu dass das dgnb handbuch sich in regelmäßigen zyklen auch weiterentwickelt dgnb in zahlen können sie sehen also sehr viele zertifikate auszeichnungen mitglieder ehrenamtliche ausgebildete experten dazu würden sie dann auch zählen wenn sie die prüfung am ende machen und naja gut geschäftsstelle und besucher in der geschäftsstelle nicht so besonders relevant wie setzt sich jetzt die dgnb die mitgliedsstruktur zusammen sie sehen das ist ein bunt gemischter haufen von fachingenieuren fachplanern architekten und planern das sind so die beiden größten komponenten dazu kommt dann noch die herstellerseite natürlich wollen auch die hersteller von produkten an der entwicklung mitwirken wissenschaft und forschung verbände gebäudedienstleister also betreiber von gebäuden projekt investoren natürlich bauunternehmer und öffentliche hand sehen sie ist nur sehr gering das liegt daran dass am anfang war die beteiligung der öffentlichen hand sehr groß im dgnb system und das hat sich irgendwann getrennt deswegen finden wir heute neben dem dgnb system auch ein sogenanntes bnb system also nachhaltiges bauen für bundesbauten also ein sehr sehr eng an die dgnb angelehntes verfahren aber als eigenes verfahren und wie erfolgt jetzt diese bewertung in anderen systemen aber auch in der dgnb warum ist die zertifizierung überhaupt ein ein instrument um nachhaltigkeit zu fördern zertifikat ist erstmal ein instrument was vertrauen wecken soll weil es durch unparteiische dritte vergeben wird und das ist natürlich wenn sie sich anschauen was es alles für zertifikate gibt mehr oder weniger glaubwürdig aber ein zertifikat soll erst mal vertrauen wecken informationstransparenz sicherstellen qualitätssicherung betreiben risiko minimierung abgrenzung von konkurrenten und die schwächen sind dann eben auch wie werden jetzt diese punkte in der praxis umgesetzt also wie unabhängig ist denn tatsächlich ein zertifikategeber dann ist die frage der rezertifizierung also des prüfintervalls wird das zertifikat einmalig vergeben so wie bei der dgnb auch und hat keine lebenszeitbegrenzung oder erfolgt eine rezertifizierung wie setzt das jetzt das dgnb system um das dgnb die dgnb sagt wir möchten ein katalog entwickeln um gewisse dinge zu vermeiden zum einen die problemverschiebung auf spätere lebenszyklus phasen insofern spielt die lebenszyklus planung der lebenszyklus gedanke eine zentrale rolle dann werden auch die nutzer beteiligt indirekt oder direkt also es gibt kriterien die werden sehr stark direkte nutzer oder anwohner beteiligung auch unterstützen oder fördern es geht aber auch darum nutzer einfluss auf gebäudenutzungen zu ermöglichen und ganz wichtig war der dgnb auch ein ausgewogen eine ausgewogene auswahl der kriterien die bewertet werden und das ist auch ein unterschied zu anderen zertifikate gebern weltweit wie funktioniert jetzt das dgnb system es gibt verschiedene skalen könnte man sagen oder maßstäbe zum einen gibt es dgnb das dgnb system für quartiere also für stadtteile zum beispiel dann werden sie finden ganz viele zertifikate beziehungsweise systeme zu konkreten einzelnen gebäuden und natürlich hängt das zusammen das quartier und das gebäude und dann gibt es noch einen dritten maßstab das sind innenräume die auch separat bewertet werden können und relativ neu auch der betrieb von gebäuden kann losgelöst zertifiziert werden und sie sehen dass das alles natürlich zusammenhängt als beispiel können bei der zertifizierung von gebäuden auch punkte aus oder kriterien aus zertifizierten quartieren direkt berücksichtigt werden was sind jetzt die kernelemente des dgnb systems wir haben diese sechs punkte also mensch im mittelpunkt circular economy also lebenszyklus gedanke gestalterische und baukulturelle qualität sustainable development goals also die un milleniums ziele spiegeln sich da wieder eu konform muss es natürlich sein und innovationen ermöglichen und ich habe es eben gesagt ein ein zentraler unterschied zu den anderen systemen ist dass die gesamt performance in den mittelpunkt rückt oder gestellt wird dadurch dass nämlich diese drei säulen der nachhaltigkeit also die ökologische qualität die ökonomische qualität und auch die soziokulturelle und funktionale qualität gleich gewichtet werden also es ergibt sich nicht aus einer diskussion dass zum beispiel die ökonomische qualität wichtiger ist in anführungsstrichen als die ökologische qualität sondern es wird alles gleich gewichtet und dazu kommen noch querschnittsthemen und das sind die technische qualität prozessqualität und die standortqualität sie werden im handbuch finden dass sie sich ja auch schon runtergeladen haben die übersicht aller einzelkriterien und wenn sie jetzt dann mal schauen wie die punkte oder die prozentsätze sich zusammensetzen werden sie sehen dass das auch umgesetzt wurde also die drei säulen der nachhaltigkeit und die querschnittsthemen auf der zweiten seite dann gibt es verschiedene nutzungsprofile ich kann natürlich schlecht ein bürogebäude mit einem logistik gebäude vergleichen in sofern sind zum beispiel so aspekte wie lebenszyklus kosten herstellkosten ökobilanz da gibt es andere benchmarks natürlich für logistikhallen als für bürogebäude insofern findet sich in der dgnb finden sich in der dgnb sehr viele nutzungsprofile nutzungsszenarien die wir hier sehen und die grün markierten das sind die aktualisierten das heißt für die gilt das aktuelle handbuch in der ausgabe 2020 ist das jetzt schwerpunkt der zertifizierten projekte sind büro und verwaltungsgebäude dann sehen sie im handbuch sie haben ja schon reingeguckt zu allen kriterien eine ausführliche beschreibung wie dieses kriterium funktioniert was die ziele sind wie die bewertungsmaßstäbe sind welche verfahren angewendet werden und wie sie den nachweis führen müssen es ist also wirklich ein handbuch wichtig bei allem wenn sie für die planung zuständig sind ist soll folgende grafik veranschaulichen und das ist so der haken oft in der praxis dass natürlich die beeinflussbarkeit diese grüne linie am anfang des planungsprozesses sehr hoch ist wenn die weichen gestellt werden andererseits ist der aufwand für änderungen zu diesem zeitpunkt noch sehr gering je weiter ich jetzt vorrücke in den leistungsphasen sie sehen hier oben die leistungsphasen also von der grundlagenermittlung vorplanung entwurfsplanung genehmigungsplanung und so weiter je weiter ich vorrücke umso geringer wird die beeinflussbarkeit und umso höher wird der aufwand für änderungen und deswegen ist es ganz wichtig wenn sie ein nachhaltiges gebäude ganzheitlich planen möchten dass sie zu dem ganz frühen zeitpunkt der grundlagenermittlung möglichst schon mit an bord sind das ist auf der haken in einzelnen projekten die dgnb unterstützt das indem es ein sogenanntes vorzertifikat gibt sie sehen hier diese grün schraffierte fläche also leistungsphase 2 3 und 4 danach gibt es das vorzertifikat also es gibt noch kein gebäude aber die planung steht insofern und das vorzertifikat ist sozusagen eine vereinbarung einen vertrag zwischen dem bauherrn und der dgnb den planern den ausführenden möglichst dann auch schon wie das gebäude gebaut werden soll und welche ziele erreicht werden sollen um eben diesen änderungsaufwand später zu minimieren oder gegen null zu fahren wie ist jetzt die bewertungslogik die bewertungs logik könnte man tatsächlich sagen es gibt eigentlich zwei hauptkriterien sie sehen jetzt hier die bewertungsgrafik in der mitte steht dann der gesamterfüllungsgrad also zu wie viel prozent erfülle ich insgesamt die summe aller kriterien mit den entsprechenden gewichtungen dann sehen sie die torten stücke die unterschiedlich breit sind aber die einzelnen bereiche also soziales ökologie ökonomie diese großen torten stücke sind gleich breit weil es eben diese 22,5 am gesamtkuchen sind und je nachdem wie stark diese einzelne torten abschnitt das sind nämlich dann die einzelkriterien ich gehe mal ein bisschen näher an also env 1 1 das wäre zum beispiel die ökobilanz das hat einen sehr breiten anteil das heißt eine sehr große gewichtung insgesamt und sie sehen jetzt hier die erfüllung dieses einzelkriteriums und so können sie sehr schnell sehen im bereich der ökologie dass dieses kriterium env 2 2 und 2 3 dass da noch potenzial ist andererseits sind diese kriterien relativ schmal das heißt einer gesamtbewertung wird sich da nicht viel tun sozusagen und sie sehen jetzt hier als beispiel dass der bereich ökologie ein erfüllungsgrad hat von 80 prozent der bereich ökonomie von 84 und soziales sogar von 92 das gibt dann insgesamt mit den querschnitts dingen hier ein gesamt erfüllungsgrad von 83 prozent und wenn ich jetzt ein gebäude zertifizieren muss ich auf zwei sachen achten es gibt für die höchste bewertungsstufe also platin eine anforderung an den gesamt erfüllungsgrad also ab 80 prozent gesamt erfüllungsgrad gibt es die note 1,0 das ist wenn sie es mit klausuren vergleichen ein sehr moderates bewertungsniveau und damit es aber auch die höchste bewertungsstufe wird muss jedes muss jedes torten stück mindestens zu 65 prozent erfüllt sein und das ist die nächst niedrigere kategorie das heißt sie können keine gesamtnote 1 bekommen wenn sie in einem fächerbereich sozusagen nur eine 3 haben also sie können nur eine stufe besser sein als das schlechteste einzelkriterium oder einzelkriteriums bereich das ist jetzt hier noch mal dargestellt das heißt ich habe platin weil zum einen der gesamterfüllungsgrad über 80 prozent liegt und weil die erfüllung der erfüllungsgrad je themenfeld mindestens 65 prozent beträgt also der schlechteste das schlechteste themenfeld ist der standort der liegt bei 70 prozent also über 65 sie können also kein platin zertifiziertes gebäude errichten an einem standort der nicht mindestens gold bewertet wird wenn ich noch mal zurückgehe sehen wir die weiteren stufen also gold gibt es ab 65 prozent silber ab 50 prozent und für den bestand oder betrieb gibt es noch bronze aber das lassen wir mal außen vor also die edelmetalle sind etwas schön gefärbt könnte man sagen note 4,0 bestanden gibt es ab 50 prozent gold ab 65 platin ab 80 und dann der einzel mindest erfüllungsgrad je themenfeld eine stufe schlechter neben diesen bewertungspunkten für gebäude gibt es noch weitere auszeichnungen zum beispiel dgnb diamant belohnt zum beispiel fertiggestellte gebäude die bereits ein zertifikat in gold oder platin haben oder anstreben und sich zusätzlich durch eine herausragende architektur auszeichnen dafür gibt es dann ein gutachter gremium also um dieses dieses diamant diesen diamanten zu erhalten wird das gebäude durch eine kommission für gestaltungsqualität zusätzlich noch mal geprüft und ein weiteres eine eine weitere auszeichnung ist die auszeichnung klima neutral klima positiv entschuldigung mit der gebäude ausgezeichnet werden die einen deutlich positiven beitrag zur erreichung der klimaschutzziele leisten also im wesentlichen einen klima neutralen betrieb ermöglichen wie erfolgt jetzt die prüfung wir haben also auf der einen seite die dgnb die die prüfung durchführt unabhängig wir haben den sogenannten auditoren auditoren oder die auditorin die zertifiziert und geprüft wird durch die dgnb auch regelmäßig sich weiterbilden muss auf dem bereich und dann gibt es den bauherrn der zum einen einen vertrag hat mit der dgnb über die prüfung der aber auch einen vertrag hat über ein beratervertrag hat mit dem auditoren und es gibt natürlich die fachplaner die wiederum einen vertrag mit dem bauherrn abschließen wichtig ist zu verstehen dass der auditor keinen vertrag mit den fachplanern hat sondern lediglich mit ihnen zusammenarbeitet dadurch wird eine gewisse unabhängigkeit erreicht gibt es eine relativ neue initiative phase nachhaltigkeit möchte ich jetzt gar nicht so detailliert darauf eingehen sie finden unterlagen im im online kurs dazu phase nachhaltigkeit setzt sozusagen noch mal einen oben drauf als beispiele für solche gebäude zb die allnatura arbeitswelt in darmstadt einige stichpunkte dazu stampflehm fassade schallwirksame holzlamellen decken ganzjährig natürliche belüftung strombedarf in der regel gedeckt durch eine pv-anlage wasserbedarf durch regenwasser also für sanitäre anlagen und bewässerung in der regel durch regenwasser gedeckt und eine geothermie anlage im bereich ökologie also verwendung von naturbaustoffen verwendung schadstoff armer produkte verwendung von hölzern aus nachhaltiger forstwirtschaft flächen entsiegelung also aufbrechen versiegelter flächen regenwasser nutzung energiekonzept wäre also erdkanal vorkonditionierung der zuluft erdwärme als wärmequelle stromerzeugung aus pv und die innenraumluftqualität sehr sehr hoch durch diese verwendeten materialien und außenraumqualität sehr hoch mobilitätsinfrastruktur eingebunden ins gebäudekonzept also ein sehr rundes paket und im bereich der quartiere als beispiel genannt der neckarbogen in heilbronn da war aber nicht verstärkt auf quartiere eingehen andere master module beschäftigen sich damit schwerpunktmäßig möchte ich da jetzt auch gar nicht im einzelnen drauf eingehen jetzt gibt es natürlich nicht nur das deutsche nachhaltigkeitssystem dgnb sondern es gibt weitere label die zwei anderen globalen label die am häufigsten vorkommen sind dass us amerikanische green building council lied und dass er im britischen bereich aus dem britischen bereich stammende bream zertifikat und auch da gibt es große unterschiede und ich möchte nur sagen wenn sie sich allein diese torten der kammer anschauen also die ökologischen kriterien wären das jetzt hier dann sehen wir das zb das lied zertifikat sehr viel wert auf environment legt während das wie gesagt wenn ich alle kriterien die damit rein spielen im dgnb system betrachte es ungefähr ein drittel ausmacht oder ziemlich genau ein drittel ausmacht und im premium zertifikat auch einen sehr hohen anteil darstellt also die gewichtung ist ein zentraler unterschied soziale aspekte eine ökonomische aspekte interessanterweise im dgnb label sehr stark vertreten auch mit ungefähr einem drittel während das im lied oder im premium zertifikat kaum eine rolle spielt und soziale aspekte wiederum ein drittel bei der dgnb und das passt in etwa dadurch dass das drittel der der ökonomie fehlt passt das in etwa auch mit lied und premium zusammen also die balance ist ein zentraler punkt die zentralen unterschiede der der systeme habe ich hier nochmal hingeschrieben können sie gerne nachlesen werden wir aber auch im detail noch im weiteren kennenlernen was sind jetzt allgemein gesagt der mehrwert zertifizierter gebäude nachhaltiger zertifizierter gebäude auch darüber gibt es verschiedenste veröffentlichungen die ich ihnen hier zusammengestellt habe die man muss sagen international die sache beleuchten und da werden wir auch regional durchaus noch mal drüber nachdenken müssen also regional heißt national weil vielleicht die vorteile die global gelten gar nicht so sehr im nationalen markt verortet werden können aber ein ein durch krieg eine durchgehende positive einen positiven einfluss nachhaltiger gebäude spiegelt sich in den kosten wieder also der mehrwert tatsächlich das heißt mieter sind bereit mehr zu zahlen weil die qualität hoch die verwendeten materialien nachhaltig sind und so weiter lehrstandsrisiko wird minimiert das zeigen einige studien global aber auch national jetzt muss man aber auch berücksichtigen dass natürlich durch die unterschiedlichen akteure also investoren besitzer und nutzer unterschiedliche ziele ins spiel kommen und wenn dieses zusammenspiel ganzheitlich funktionieren soll muss ich das irgendwie auch organisieren also den mehrwert nachhaltiger gebäude werden sie sehr unterschiedliche antworten bekommen je nachdem welche gruppe sie fragen also als beispiel passen dinge zusammen zum beispiel hier also wohlbefinden komfort könnte man sagen und einen höheren mietpreis das passt durchaus zusammen so dass dann die zwei ziele dieser gruppen erreicht werden oder auch wenn ich jetzt sage der besitzer und nutzer das passt auch zusammen bei geringeren operativen kosten also betreiber kosten nutzungskosten oder lehrstandsrisiko minimieren auch das befriedigt die ziele des nutzers des des eigentümers und des investors gleichermaßen also wenn ich es schaffe gemeinsame ziele zu bedienen dann werde ich auch immer die mehrheit haben in anführungsstrichen der vom bau betroffenen sozusagen und dann kann ich diese ziele auch leichter umsetzen zum beispiel gesundheit und nutzungs zu nutzer zufriedenheit bringen auch vorteile bei dem arbeitgeber und bei dem betreiber wenn man nämlich weiß dass ungefähr knapp neu knapp zehn prozent knapp quatsch also die prozentsätze entschuldigung stimmen nicht hier die abbildung schon also zehn prozent energiekosten wenn ich jetzt zum beispiel im bürogebäude mir anschaue neun prozent also knapp zehn prozent die mietkosten tatsächlich und 90 prozent sind die lohnkosten meiner angestellten also macht es doch nur sinn sich auch um das wohlbefinden und produktivität der mitarbeiter zu kümmern und wie mache ich das zum beispiel durch komfort kriterien akustische komfort kriterien thermische komfort kriterien wenn ich dem nutzer zum beispiel auch erlaube einfluss auf die raumtemperatur zu nehmen fühlt er sich auch wohler und ist zufriedener und was sind jetzt so die höchsten werte die man in studien findet die sehen sie hier also mehr schlaf weniger ablenkung mehr leistung und so weiter und natürlich wenn ich ja das krankheitsrisiko minimiere habe ich natürlich auch mehr in anführungsstrichen von meinem mitarbeiter wer sieht jetzt sozusagen tatsächlich einen einen mehrwert auch perspektivisch und dann gibt es eine studie die nicht so ganz unabhängig ist muss man aussagen die aber ein sehr starkes wachstum nachhaltiger gebäude prognostiziert und das das ist relativ gleich verteilt also über die branchen also sowohl planer architekten fachplaner investoren eigentümer also ein nicht kleiner anteil dieser gruppen sieht ein starkes wachstum voraus und was sind jetzt die die trigger sozusagen also die die punkte die besonders motivieren oder einen besonderen mehrwert darstellen da sehen wir mal nationalen vergleich und auch den globalen durchschnitt nehmen wir mal die ja umweltbelange da sehen wir hier der globale durchschnitt liegt bei 33 prozent das heißt ein drittel der befragten sieht einen mehrwert nachhaltiger gebäude im bereich umwelt im weiteren sinne also environment das ist national sehr unterschiedlich deutschland immer ganz rechts befindet sich so im globalen mittel anders ist das zum beispiel in dem bereich hier das gefühl das richtige zu tun ähm oder auch gesündere gebäude zu errichten auch da sehen sie kaum unterschiede also es ist je nachdem welcher aspekt ähm sie da jetzt sich anschauen zum beispiel markttransformation gibt es national sehr große unterschiede was auch daran liegt dass jetzt hier zum beispiel polen noch ein sehr stark prosperierender markt ist ein sehr stark sich entwickelnder markt während der deutsche markt gesättigt ist also die unterschiede sind sehr national abhängig teilweise aber es gibt auch gemeinsamkeiten was ist jetzt der der anteil der markt für green building green buildings in deutschland wie hoch sind die marktanteile dieser drei label bei in deutschland in deutschland realisierten projekten und sie sehen erst mal generell ein wachstum in allen drei zertifizierungssystemen und sie sehen dass das dominierende system das der dgnb ist bei den zahlen hier muss man ein bisschen aufpassen diese anteile marktanteile in deutschland insgesamt 64 prozent heißt dass ja 64 prozent der zertifizierten projekte mit dem deutschen system zertifiziert wurden und im bereich neubau sind es sogar 80 prozent also wenn ein gebäude zertifiziert wird werden zu 80 prozent oder in 80 prozent der fälle wird das deutsche system verwendet das heißt nicht dass 80 prozent aller neubauten auch zertifiziert werden der markt ist da etwas kleiner und die vorteile die sich daraus ergeben sind geringere betriebskosten sowohl nach einem jahr als auch nach fünf jahren und eine wertstabilität beziehungsweise eine höhere wertsteigerung so fassen wir das ganze kurz zusammen wir haben gesprochen über nachhaltigkeitsprinzipien wie kann ich nachhaltigkeit im gebäudebereich umsetzen wir haben gesprochen über nachhaltigkeit bewerten und auch also global struktur der nachhaltigkeitsbewertungssysteme sozusagen aber auch ganz im detail und was sollten sie mitnehmen sie sollten also wissen was unter effizienz konsistenz und suffizienz verstanden wird sie sollten wissen welche vorteile nachhaltige gebäude und quartiere mit sich bringen sollten die drei hauptbewertungssysteme global kennen und das dgnb system vom prinzip her verstehen also dass es aus einzelkriterien besteht wie die in gewichtung zueinander stehen und so weiter die einzelnen kriterien die werden wir jetzt im folgenden nämlich besprechen und hier sind noch mal einige ergänzende quellen genannt sie finden auch einige quellen noch im online kurs und damit sind wir jetzt auch schon erstmal durch mit der kleinen einführung